Hallo zusammen und willkommen zurück zu Hearthstone in der Kalenderwoche 31. In dieser Kalenderwoche, also in dieser Woche, haben wir, wenn es laden würde, na nu, dauert heute ein bisschen länger, ein weniger gepflegter Partie Schach, also eine weniger gepflegte Partie Schach. Bei Medivs magischem Schachbrett nimmt man es mit den Regeln nicht so genau. Versteckt sechs verschiedene Karten unter dem Tisch, mit denen ihr so manche Partie noch drehen könnt. Ja, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt einfach mal den Priester. So, mit welchen Karten können wir eine Partie noch drehen? Also das ist ja schon nicht schlecht, ne? Aber ich würde sagen, es geht so in diese Richtung. Was können wir da noch machen? Irgendwas Tolles. Nehmen wir die da mal noch mit rein. Da blättern wir mal durch. Das geht auch schon mal schneller. Also irgendwie ist es gerade ein bisschen träge. Ich will ein paar hohe Karten reinnehmen. Die ist doch nice. Dann nehmen wir noch eine Schatztruhe dazu. Den mit Spott. Und eine brauche ich noch, ne? Nehmen wir die mit Gottesschild. So, dann versuchen wir es mal. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die Wahl so gut war. Aber auch nicht, was der Gegner ja so ausfällt. Der schwarze König gegen den weißen König. Das war das wieder. Okay. Okay. Ja, die behalte ich jetzt einfach alle mal. Lust auf eine Partie? Der, der hat natürlich direkt... Ach, ne, das sind ja dieselben. Entdeckt eine Schachfigur. Entdeckt eine Schachfigur. Untr Commerz Super. Ich hab mal das. Ich hab mal. Okay. und ja ja läuft Triumph der Diagonalen. Gut, habe ich dann zwei Heiler dran. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, da kommt dann erstmal mein Pferdchen gleich zum Zuge. Die Karte ist natürlich dann nice gleich. Ähm... Ups, da habe ich noch was vergessen. Und... So. 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 schauen. Was ist da am sinnvollsten? Einfach mal in die Mitte und knocken den hier aus. Nicht gut, gar nicht gut. Ja, ich merke gerade, dass meine Wahl nicht sonderlich gut war mit den Karten. Triumph, der Diagonal. Ja, ich merke, ich merke, ich merke, ich merke. Schaut, ob er mit dem dann den Helden angreifen könnte. Okay. So eine Scheiße jetzt, ey. Ich hab gedacht, jetzt kann ich's tatsächlich noch drehen und dann kommt so ein Ding da rein. Och, Mann. Ja gut, das war das Kartenchaos aus der KW 31. Mal wieder eine Niederlage eingefahren. Wie soll's auch anders sein? Das war jetzt mindestens die dritte oder vierte in Folge oder so. Keine Ahnung, ich hab's jetzt nicht genau verfolgt. Na gut, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns, haut rein. Ciao.